Musik Herzlich willkommen zum Forex am Abend, hier im persönlichen Markthaus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Donnerstag, den 20.03.2014, 18.57 Uhr, ganz genau. Wir blicken auf einen leicht bullischen Handelstag für die Aktienindizes zurück. Gold konnte sich heute mehr oder weniger ein bisschen vom Fleck bewegen, aber letztendlich stagnierte es. Maßgeblicher Gewinner war heute der US-Dollar. Deswegen fangen wir auch hier mit dem US-Dollar-Index an. Er testet jetzt hier die psychologische 80er-Marke, als auch diese wichtige gebrochene Trendlinie. Sie war eine ehemalige unterstützende Trendlinie, ist jetzt eine begrenzende, also ein Widerstand liegt uns hier voraus. Wenn der US-Dollar-Index heute stark nach oben schoss, dann brach auch hier der Euro-US-Dollar ein. Das Long-Setup hier hat nicht funktioniert bei 1.3817, das muss man so klar sagen. Der ist hier direkt 55 Pips nach unten gerauscht und stabilisiert sich hier gerade an der Tages-EMA 55. Der Trend ist eigentlich noch intakt. Das bärische Momentum überwiegt in den letzten Sessions. Man muss aber auch gleichzeitig dazu sagen, dass der US-Dollar-Index hier ein Widerstand ist und somit der Euro-US-Dollar zumindest theoretisch hier die Chance hat, wieder sich zu stabilisieren. Allerdings ist er dann begrenzt, mindestens im Bereich von 1.3820. Also für nachhaltige bullische Impulse müsste er schon hier erneut ansteigen und zumindest die 1.3830 zurückerobern. Ansonsten ist er jetzt gerade gut unterstützt, weil der US-Dollar-Index an einen Widerstand kommt. Und der Euro-US-Dollar ist vielleicht momentan hier auch, und das ist nur eine spekulative Äußerung, meinerseits ein wenig schwach auf der Brust, um es mal emotional zu äußern, aufgrund der durchaus stärkeren Sanktionen, die jetzt seitens der EU kommen, seitens der deutschen Bundesregierung. Hier sehen wir zunehmend stärkere Spannungen zwischen der EU, Deutschland maßgeblich hier und der russischen Föderation, ohne jetzt den Konflikt in die eine oder andere Richtung bewerten zu wollen. Also das könnte hier ein Indiz dafür sein, dass der Euro ein wenig schwächer ist. Alles in allem müssen wir sagen, er ist jetzt noch gut unterstützt, aufgrund der Tatsache, dass der US-Dollar-Index an einen Widerstand kommt. Aber allzu viel Potenzial wird jetzt sich vermutlich nicht entwickeln, es sei denn, er steigt hier nochmal wirklich konkret über die 1.3820, 1.3830. Was haben wir noch auf der Liste? British Fund, US-Dollar testet hier die untere Unterstützungszone an. Damit wurde das Long-Setup getriggert. Wir hatten hier eigentlich drei Long-Setups. Ich habe die jetzt mal rausgelöscht, weil die letzten zwei oder die übrigen zwei hier oben beispielsweise jetzt aktuell nicht in Reichweite sind. Ja, das nur so nebenbei. Die habe ich schon noch im Kopf und sind mir geläufig. Alles in anderem ist er gut unterstützt hier im Bereich. Hier liegt auch noch die Monats-EMA 200, dritte Trendlinienberührung. Hier hätte er auf jeden Fall Möglichkeiten, weiterhin ansteigen zu können. Neuseeländisch-Dollar, US-Dollar testet hier auf dem Tageschart die letzten Durchbruchshochs. Ist momentan so ein bisschen gefangen. Machen wir es nochmal ein bisschen kleiner. Zwischen diesen zwei Marken, das ist zum einen dieses letzte Hoch hier bei 0,8674. Auf der anderen Seite heute noch unterstützt, gut unterstützt bei 0,85. Vermutlich generiert sich hier eine Seitwärtsphase. Bullischer könnte es werden, wenn wir darüber hinaus ausbrechen. Leichte bullische Impulse können heute bereits kommen. Im Australisch-Dollar, US-Dollar, der schiebt sich weiter nach oben. Also noch sehen wir hier steigende Tiefpunkte. Kann man eigentlich relativ sauber hier darstellen. Einen Moment, zack, zack. Ich zeichne das nochmal schnell ein. Das heißt, er drückt schon noch nach oben. Das heißt, das bullische Moment ist noch da oder Momentum. Aber für eine finale Bestätigung, für einen Trendwende-Prozess muss er hier die 0,9175er-Marke nach oben hin aushebeln. Dann ist Platz nach oben. Aber bis dahin wird es vermutlich hier noch ein wenig dauern. US-Dollar-Kanadisch-Dollar brach unser Dreieck. Was heißt unser Dreieck? Das Dreieck. Und wir sehen aktuell hier ein Gravestone-Doji. Schoss hoch, zog wieder stark zurück. Korrektur würde mich hier nicht überraschen. Interessant wird es vor allem hier am Pullback-Level im Bereich der 11,60 bzw. der 11,80. Schweizer, Franken, Japanisch, Yen hatten wir schon lange nicht mehr auf der Liste. Hier haben wir ein konsolidierendes Dreieck aktuell. Das bärische Momentum ist so ein bisschen hier flöten gegangen, um es mal flapsig zu formulieren. Auf der anderen Seite testet er hier diese Bodenformation an. Und diesbezüglich wird es natürlich dann schon interessant, wenn wir hier ein möglicherweise bullisches Dreieck ausbilden, weil er eben hier diese Formation antestet. Und auf dem Hintergrund dieser Perspektive wäre ein Long-Ausbruch gleichzeitig oder gleichbedeutend auch hier ein schöner Pullback auf diese Gut-Unterstützungszone von 115,60 japanischen Yen pro Schweizer Franken. Wir hatten einige Fragen zum Britisch-Fund Australisch-Dollar. Darauf will ich eingehen. Vitali hat den heute schon erwähnt. Und wir hatten ja hier diese SKS-Formation. Wir haben die ein wenig um diese Schlusskurslinie erweitert. Und wir sehen auch noch da, dass das Setup völlig intakt ist. Also er kann hier weiterhin völlig intakt fallen. Er ist weiter völlig intakt short. Sicherlich gab es hier mal einen kleinen Schuss nach oben. Aber alles in allem ist die SKS immer noch gültig. Gerade was hier die Nackenlinie anbelangt. Und dann kommen wir zum Britisch-Fund-Schweizer-Franken. Da hatten wir einen Long-Ausbruch angekündigt. Oder einen Short-Ausbruch. Wir wussten es nicht. Spielt auch keine Rolle, das zu wissen. Es war auch relativ egal. Hauptsache Long oder Short. Und in dem Fall kam hier der Ausbruch. Und wir hatten gesagt, 100 Pips Kurspotenzial hat er. Letztendlich wurden es ganz genau... Ach, schenken wir uns die Pips. 77 Pips waren es. Er war kaum im Minus. Er war gut im Gewinn. Also noch ist das Setup aktiv. So schlecht sieht es nicht aus. Er hat hier weiterhin die Möglichkeit, ansteigen zu können. Es wird allerdings kritisch, wenn er hier spätestens unter die 1,4533 fällt. Ansonsten ist er eigentlich weiter als Long zu interpretieren. Wir sehen eigentlich gerade hier das Pullback. Deswegen müsste er eigentlich weiter ansteigen. Begrenzt ist er dann sehr, sehr stark hier im Bereich von 1,4680, 1,4690. Kommen wir zu den Aktienindizes. Da bin ich mir relativ sicher im DAX. Genau, das war dieses inverse SKS-Szenario hier als Bodenbildung. Und da hatten wir gesagt, er ist noch gut unterstützt bei 9.230 und bei 9.170 Punkten. Das effektive Tief, das maximale Tief lag hier bei 9.151 Punkten und danach kam hier eine schöne 140-Punkte-Bewegung. War sehr, sehr schön im Prinzip hier zu traden. In dem Fall hat jetzt mal diese inverse SKS eindeutig und sehr einfach funktioniert. Manchmal hat man ja so ein paar Fehlsignale oder der Pullback in die Nackenlinie geht ein bisschen tiefer und so weiter und so fort. Sie kennen das mit Sicherheit. So und hier hat es immer relativ gut funktioniert. Wir hatten auch gesagt, das übergeordnete Setup war eventuell hier eine SKS. Der Abprall an der 200er schob den Kurs wieder zurück über die Nackenlinie. Und jetzt sahen wir auch das Pullback. Das heißt, eigentlich können wir jetzt davon ausgehen, dass wieder hier die obere Trendlinie erreicht wird. 9.644 Punkten. Danach wird es sich dann entscheiden, ob wir im Prinzip nochmal einen Abpraller sehen oder ob wir hier einen Durchbruch generieren kann. Aber alles in allem scheinen hier die Anzeichen für einen bullischen Durchbruch weiterhin gegeben. Was hatten wir gesagt im S&P? Genau, das war die Geschichte hier mit dieser sehr schmutzigen Konsolidierungsformation. Alles in allem hatten wir gesagt, er ist dann wieder long, wenn er hier drüber bricht. 18.78, wir warten einfach. Dieses schmutzige Rauf und Runter, das nervt ein bisschen. Das ist ein sehr abgehackter Markt teilweise, kann ich verstehen, wenn man da so ein bisschen auf untergeordneter Zeiteinheit hier von dieser Umkehr überrascht worden ist. Alles in allem bleibt aber weiterhin bullisch. Also auf dem Tagesschart ist das weiterhin als bullisch zu interpretieren. Tages EMA 22 wurde hier angetestet. Bullisch in Galfing. Also mehr können wir in so einem Trend nicht haben. Pullback ging glaube ich auch bis zur Tages EMA 50. Soweit ist das Mindest-Pullback, sage ich mal, erfüllt. Und es könnte sich hier deutlich aufhellen, wenn es über die 18.78 geht. Gleiches für den Dow Jones, da hatten wir auch gesagt, hier über der 16.380er Marke. Daher noch als Long zu interpretieren ist, warten wir da lieber mal ab. Und tatsächlich, er zog dann hier sehr dynamisch an. 200 Punkte ging es nach oben. Trotz der Geldstraffung, trotz der möglichen Geldstraffung durch die FED, durch Janet Yellen in dem Fall. Und hier könnte es auch bullischer werden, wenn wir die 16.380er Marke nach oben hin aushebeln können. Das war es von meiner Seite aus. Also abwartende Situation in den Aktienindizes. Wenn sie durchbrechen, dann Long. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch weiterhin viel Erfolg. Sage wie immer, good trades. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.